Also heidi ho meine Amigos und weiter gehts mit UNDO, mit der Anstalt, Jochi, Flo und Lelä. Ich bin dran, nice, hau raus. Na ey klar jetzt, oder? Wir sind gut drauf. Boom. Mein Morgen, Kinkgertz, guten Abend. So, was ist jetzt los? Kannst du dich rechnen? Ja, kann ich nicht, weil ich nichts habe. Ja, weil ich kann, der kann nicht. Ich kann ja nichts gönnen. Okay, Aufnahme läuft, das ist wunderbar. Nichts, bitch. Nichts, ditsch. Achso. Ach, komm mal. Ich kann mir wieder echt chillen, ne? Wobei, würde eh nicht dran kommen wollen jetzt. Oh, mal. Aikarama. Aikarama. Weil wir nett sind, darfst gleich nochmal. Schmeiß mal was Gescheites raus. Ja, mach mal was richtig da. Ja, das fühle ich, das fühle ich. Zu 100 Prozent. Das fühle ich auch. Warum? Ja. Ja, weil ich nicht anders habe. Verdient. Warum? Mein Ernsthaft. Ude. Sag ich doch, warum tust du sowas? Ja, woher soll ich das wissen? Ja, weil er noch zwei Karten hat. Der Meister, der Meister ist hier, meine Freunde. Ja, Mann. Duselmeister. So muss das laufen. So muss es laufen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, okay. Yes, 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 yes. Ah, warum bist du wieder blind? Da zipf mich an. Ja, sorry. Danke. Hi! Hi! So, hallo. Was ist jetzt da? Haha. Geht ab. Jochi? Ja. Du bist. Was ist er? Ah, der, was du schmeißt. Ah, komm. Ja, ich hab noch eine bekommen. Flo hat gar nichts bekommen. Ich bin verschont worden. Alter. Alter. So ist richtig. Du hältst meine Füße still. Ja. Alter, voll gemein. Jetzt wird wieder doppelt. Jetzt wird wieder doppelt. Mann. Du musst... Passt schon, Flo kommt gleich wieder. Ja, der hätte uns einfach leiser stellen. Das stimmt. Passt schon, geht schon gleich wieder. So. Passt schon, passt schon. Alles gut. Er hat sich jetzt gestummt, also die Kopfhörer... Jetzt geht er wieder. Jetzt müsst's wieder gehen. Nice. Einfach nicht auffallen lassen. Du darfst nicht in Discord einstellen, darfst du nicht Empfindlichkeit automatischer Mittel haben. In Einstellungen. Unter Sprache. Er vergisst's. Er vergisst's. Flo! Karte! Eins. Okay. Automatisch. Ja, automatisch. Die automatische Ermittlung der Mikrofonempfindlichkeit darf nicht an sein. Wo ist's jetzt aus? Grün! Kann rückzeitig nicht mehr passieren. Ja, grün! Im Ernst? Ja, komm, du hast 13 Karten. Da wirst doch das Grünes dabei sein. Nee, scheinbar nicht. Danke. Danke. Wirklich, danke. Toll. Oh Gott, Gott sei Dank, Richtungswechsel. Alter, Gott sei Dank, Richtungswechsel. Puh, der Hass wäre real, ne? Der Hass wäre absolut real. Komm, Lidl, ja, bitte. Danke. Gern geschehen. Und du weißt gar nicht, wie gern. Mann! Nächste! Mann, ich hätte... Oh! Gibt's da schön. Du darfst. Bravo. Mann! Ja super, der macht jetzt Feindlich. Sag nicht ja, Leute! Der macht jetzt Feindlich. Ihr hört nicht auf mich, ne? Wow, ey! Okay, Partiebonus 12xp dazubekommen. 12. Ich hab 11. 22. Moin. Nächstes Spiel beginnt. Karten sind gut. Naja. Wow, fängt gut an. Fängt super geil an. Ach komm, fick dich doch! Freu dich nur, ne? Freu dich nur, ne? Ja, ja, ich freu mich auch. Und dann werde ich übersprungen! So frech! Geht noch ne Runde! Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Freunde. Darf ich irgendwann in IG auch mal mitspielen, oder? Ne. Sehr gleich. Heute nicht mehr. Ach, jetzt darf ich hau! Ja, jetzt ist es soweit, ne? Hau rein! Aber der Flo nicht mehr! Wow! Genug! Der hat nur noch drei Karten! Jochi, halte du ein bisschen auf! Ich mach's mir schlug! Oh ne, das macht ihr schon alleine, da braucht ihr euch mit dazu! Ah, schön! Nice! Die Rache wird meins sein! Die Rache wird meins sein! Entschuldigung! Etwas erkältet! Ach ja, bitte, wenn ihr das unbedingt gerne wollt! Kein Problem, ich habe noch was! Mach mal einen Richtungswechsel! Was heißt da? Umo? Ja, nein! Das machen wir nicht! Das machen wir gar nicht! Ich habe so viele Karten, das ist abartig, ne? Besser, du hast nicht viele Karten! Du hast wirklich nicht viele Karten! Sari, danke! Sari, danke schön! Ah! Warum habe ich das Plus 4 jetzt eigentlich nicht rausgeworfen? Das frage ich mich jetzt gerade! Warum habe ich jetzt das Plus 4 nicht rausgeworfen? Kann ich dir auch nicht sagen! Was war so ein Ding? Ich auch nicht! Das war jetzt... Dezentmalikurig, ne? Weil ich so verpissend drauf war, ein bisschen R1 reinzudrücken, ne? Da da da! Ihr seid so lieb zu mir, ne? Ein Wunde fällt schon wieder super an, ne? Geil! Geil! Nö, noch nicht so geil! Zieht alle mit, Freunde! Ah! Ah! Kann ich leider nicht! Aber ich! Ja, nice! Schöne Sache, siehste! Auf gemütlich! Jetzt läuft's! Krabber! Ja, danke! Rache! Rache ist es, wer wissen! Kein Thema! Ei für Flo! Oh! Oh! Fuck off, ey! Das ist gemein! Das ist gemein! Uhhh! Achtraten! Achtraten! Achtraten sind sauer, ne? Uhhh! Und danach darfst du nicht mal einen entlegen von den Schlagern! Ja, das ist so gemein! Mach mal Pause! Oh Gott! Wie gemein! Einfach nur, ne? Ich bin ja nett zu dir! Okay! Krass! Er ein Move! Ah! Zu langsam! Zu langsam! Zu langsam! Scheiße! Ah! Fuck it! Ah! Das geht! Okay! Mann! Das ist doof! Ne, ne, ne! Das passt gut so! Als hätte er keine grüne gehabt, oder? Als hätte er keine grüne gehabt, ne? Ich würde schon lachen! Ich habe auch keine! Haha! Oh Mann! Dankeschön! Liebe Karten! Mann! Mann! Ah! Das könnt ihr mir ja nicht antun! Das könnt ihr mir ja nicht antun! Oh! Ah! Besser, ne? Ja besser! Ah! Besser! Weil Grün ist wenig am Weg, habe ich mitbekommen! Ach! Jetzt fehlt der! Der Rot, das kann's doch nicht sein, ne. Das kann's doch einfach nicht sein, ne. Was hat denn da, liebe Sarin, ne? Kein Rot offensichtlich. Sicher, deshalb aber jetzt geht's oben. Hab die scheiß Grün nicht. Ah, wer weiß, das scheiß ist ab, Jochi. Jetzt macht er wieder die scheiß Rot. Das kann's doch nicht sein, das geht doch auf keinen Fall. Das passt doch nicht, ne, 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 ne. Jochi, Jochi. Dir ist doch so leid, ich hab kein Rot. Hau mit dein scheiß Rot ab! Hau mit dein scheiß Rot ab! Mann! Weil ich nett bin. Danke. Mann! Ich hasse dich gerade, dass du das bewusst hast. Mann, das kann's nicht sein, Alter. So muss. So muss. Sieben Karten, Alter. Sieben Karten, Alter. Sieben Karten, Alter. Ach, komm! Haha! Rausen Lachs! Auf gelber Basis. Mann! Muss. Es muss. Oh Gott! Ja komm ey, warum muss ich jetzt dafür bezahlen? Weil... Weil... Leider die Richtung ja nicht wechseln konnte, weil sie ja schon wieder gewechselt hat. Hi Rico! Läuft! Ne, 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 ne. Das hat dir schmeckt, oder? Ne, 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 fühl ich nicht. Ne, fühl ich nicht. Wie sie gelacht hat! Wie sie gelacht hat! Aber nur kurz. Sie hat nur kurz gelacht. WALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Eins? Okay. Ja, eh klar. Und zwei. Ja, drei. Ah, ja, okay. Und du hast auch eine Freude. Ja, mich tritt's nicht mehr ein. Nice. Ich war so weit unten mit der Karte, ne? Aber ich hab jetzt rot. Naja, ich würd nicht so lange. Ich hab alle vier, mich könnt ihr gerne haben. Ja, da bin ich also auch noch ein Problem. Und weil's so schön ist, ne? Ja, jetzt ist ein bisschen Zeitdruck. Okay, läuft. Ja. Ach, Mann! Oh! Easy going. Jetzt, 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 naja, jetzt. Der Stress ist real. Kennt sich der Hase bald nicht mehr aus? Wow! Oh! Oh Gott! Scheisse! Ich nehm die auf gut Glück. Und leg mich wieder auf das... Ach, Scheisse! Und? Ja! Niceness! Niceness, Freunde! Niceness! So muss! Niemand macht da fertig, ne? Er trifft mich meine eigene Karte. Nein! Jetzt! Jetzt! Wie heute keiner, ne? Ja! Ja! Jochi? Uno! Uno, toll! Sie kann nichts machen! Ah, ich bin gesperrt! Flo, es liegt an dir! Ah, Fick! Leer an dir! Was sei die Frage? Hat er gelb? Ich kann leider nichts machen! Er hat sicher irgendwas, was er überall drauflegen kann! Nein! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Aber, Leute! Das war's schon wieder von der nächsten Folge, oder? Auf YouTube gesehen? Ja! War's schon wieder? Eine Folge? Die war lange! Ich muss sagen, weil... Ja, 14 Minuten! Das passt für eine Folge! Gut, doch! Ciao, ciao! Ciao, ciao!